Super Deutschland, ole, ole! Hallo meine Lieben, ja ich wünsche euch allen eine wunderschöne EM-Zeit und ich freue mich schon total auf das heutige Spiel, heute Abend gegen die Ukraine. Ich bin mal sehr gespannt auf eure Tipps, schreibt sie mir unten gerne in die Kommis und ich bin gespannt, wer von euch nachher recht hat. Also mein Tipp heute Abend ist 2-0 für Deutschland, ist ja ganz klar, denn ich bin mir ganz sicher, dass Deutschland Europameister wird und es hat ganz viel Spaß und vor allem auch Frieden, denn Fußball verbindet, Fußball soll Spaß machen und dann alle Terroristen da draußen und alle, die meinen Scheiße bauen zu müssen, haltet einfach mal den Ball flach und genießt immer die Spiele. In diesem Sinne, macht's gut und ole, ole, Deutschland Europameister. Tschüss!